Im Namen des Stadtrat begrüsse ich Sie heute zum Neujahrsempfang 2019. Ich freue mich und das meine ich wirklich ernst. Ich bin überwältigert, dass so viele da sind. Jetzt bin ich nicht sicher, dass ihr gekommen seid, weil der Tag passt, weil es schneit, weil wir sonst nichts machen können oder dass wir Veränderungen gemacht haben. Auf jeden Fall seid ihr da. Und ich bin auch froh, dass wir nicht den Entschieden wie Austin anlassen, den Anlass im Stadtpark von aussen zu machen. Ich bin sicher, ihr seid alle gekommen, auch wenn es Schönwetter gewesen wäre, wären ja alle da. 2018 war für uns alle politisch ein sehr bewegtes Jahr. Wann haben Sie das letzte Mal sehr viele Weziker lachen und fröhlich gesehen? Sie ahnen es. Es war auf diesen vielen Waldmarkaden im April. Nebst dem fröhlichen Zusammensein hat der heutige Anlass auch den Zweck, dass Sie die Möglichkeit haben, mit den Politikerinnen und Politiker in Kontakt zu kommen. Nutzen Sie diesen Kontakt heute oder später, um Ihre Wünsche, Ihre Anregungen oder auch über Ihre Sorgen zu reden. Haben Sie gewusst, dass unsere Parlamentssitzungen öffentlich sind? Ich möchte Sie herzlich an die nächste Parlamentssitzung am Montag 28. Januar im Stadthusssaal einladen. Für etwas ganz Besonderes haben wir uns für die Parlamentssitzung im März ausgedenkt. Um Jugendliche einen Einfluss in unsere Parlamentsdebatten zu erleichtern, finden diese Sitzungen in der Aula der Kantonsschule witzig verstanden. Natürlich sind auch Sie alle an diese Parlamentssitzungen eingeladen. So erleben Sie hautnah, wie Demokratie funktioniert und Sie hören natürlich auch wieder unsere Parlamentsglocken. Daten und Zeiten finden Sie auf der Homepage von Wetziken oder Sie lesen sie in Zürich Oberländer. In meiner Familie ist es Tradition, sich etwas fürs neue Jahr vorzunehmen. Haben Sie sich auch etwas vorgenommen? Ich habe mir überlegt, ob ich heute meine Vorsätze in den Preis gebe. Und ich mache es. Das eine, ich möchte die Diskussion noch besser zuhören, damit wir tragende Kompromisse miteinander finden können und somit bessere Lösungen finden. Und das zweite, ich möchte meinen persönlichen CO2-Ausstoss senken. In Wetziken leben wir in einer Stadt mit einer sehr hohen Lebensqualität. Erwähnen möchte ich unser einmaliges Naturschutzgebiet in Pfäffiken sehen. Unser breites Bildungsangebot, genügend Wohnraum, abaktive Arbeitsplätze, die vielen, vielen Sportanlagen, unsere kundenorientierte und sehr effiziente Stadtverwaltung, das breitgefächerte Einkaufsangebot, die ausgebauten Gesundheits- und Alters-Einrichtungen, das wachsende Kulturangebot, die gute Erschliessung mit öffentlichem Verkehr, die gute Funktionierung der Politik und das Regenvereinsleben mit 100 Vereinen. Mir ist es an dieser Stelle wichtig, um das, was wir öffentlich sagen wollen, Danken zu sagen, dem Parlament für die Zusammenarbeit, meiner Kollegin und meiner Kollegen im Stadtrat für die spannenden Gespräche, für den konstruktiven Austausch und vor allem auch für den Willen, für alle anstehenden Themen adäquate, konsensorientierte Lösungen zu finden. Wetzikon als Stadt von regionaler Bedeutung bietet seiner Bevölkerung Lebens- und Arbeitsräume, in denen sich Menschen wohlfühlen. Wir berücksichtigen wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte ausgewogen, dass die Vision 2035 oder später, wie Wetzikon aussehen könnte. Häufig, wenn ich so kurze Ansprache halten darf wie heute, mache ich zu Hause das meiner Frau vortragen. Und ich nehme natürlich Wunder und ich will gerne hören, hey, das ist gut, das ist super, das ist toll. Ihre Aussage zu der heutigen Ansprache war, ja, ja, es ist okay. Aber es ist ein wenig langweilig. Sie hat keinen Pfeffer, sie hat nichts zum Lachen und schon gar kein Skandal. Weil er darüber nachdenkt und gefunden, ich lasse die Rede trotzdem so. Denn ich bin zufrieden, wenn es für euch auch so ist. Wenn es langweilig klingt, berechenbar, dann läuft alles wie im Schnürli, genau nach Plan. Und genau das ist es, was der Stadtrat will. Und kommt ein Buch. Und das ist das hier. Und das ist das hier. Und das war eine pellizube Szene. Für mich hat das eine Property, und das ist das hier auch ein Bach, und das ist das hier. Ja, ja, ja.